Guten Tag, guten Tag, mein Freund, Billy Bones. Billy Bones! Du hast ne Karte bei dir, wie man hört. Sie ist von Flint, der ein Hunsfot war, doch das hat uns nie gestört. Die Karte zeigt ne Schatzinsel und wo der Schatz da liegt. Genau! Den wollen wir teilen, Billy Bones, damit jeder seinen Anteil kriegt. Und zwar ehrlich! Der Schatz liegt dort seit Jahren schon und wir hoffen, du bist fair. Juwelen, Silber und auch Gold, was will der Mensch noch mehr? Für einen ist das viel zu viel, drum lass dir eines sagen. Teil mit uns den Schatz, Billy Bones, sonst geht's dir an den Kragen. Genau! Guten Tag, guten Tag, mein Freund, du bist ein Schatz dummach. Huh, 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 huh! Ouh! Geh!